Wee! Wee! Recheine, die Knie können drehen und dann zack! Tod! Ach, ich liebe die Ruhe, die Stille. Du schnackige Scheiße! Äh? Oops! Nein! 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 Aaaaah! Ja! Gut! Das fängt ja schon mal gut an. So wird's im Thema schleichen. Ja, 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 werde ich nicht. Sehr gut. Gut, wir gehen mal einen anderen Weg. Das schlechte an Licht ist, es können mich auch andere dann sehen von Weitem. Aber den holen wir uns jetzt. Hehehehe. Psch, 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 psch. Oh, das sieht keiner! Bleh! Komm mal mit, komm! Bleib liegen! So, Nr. 2. Äh, Sand werfen war... Nein! Uff! Ah, der Nächste! Oh, hallo! Oh, contraire! Nr. 2. So, Nr. 2. Ich baue mir mal hier mal ein Leichenlager auf. Zack! Oh! Ah, das war eigentlich nicht so gedacht. Na gut. Äh, Sand werfen. Äh, Sand werfen. Äh, B. Wo ist's? Psch! Wenn er jetzt das Licht anmacht, ist er schlecht. Es bewegt sich. Verdammt! Äh, B. Äh, B. Äh, B. Äh, B. Äh, B. Äh. Äh, B. Äh, B. Aber lass mal hier Licht aus. Die Münzen nehmen wir mit. Ja, schleichen wir mal hier oben lang. Hallo, ich sehe jemand! Ich glaube an die Geschichte könnte ich mich dran gewöhnen. Schön von den anschleichen, töten, Ruhe. Ja. Und irgendwie, äh, ist mir dann noch hier sehr sehr zu viel Licht. Äh, da, 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 da. Ja. Gute Frage. Wo gehen wir mal am besten lang? Ohne, dass wir gesehen werden? Der bleibt dort stehen, der bewegt sich. Äh? Wenn ich wieder da runter gehe, habe ich Angst, dass ich wieder sterbe. Oh Gott! Oh Gott! Verstecken! 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 Ich habe nichts gehört, ich habe nichts gehört, ich habe dich auch nicht gesehen. Äh, 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 äh. Ihr habt nichts gesehen, nichts gehört, ist alles gut. Ja, das lief ja fast gut. Es war natürlich geplant. Keine Frage. Äh, äh. Der schläft. Ist gut. Hey, 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 Sand. Sand ist hier, ach du Scheiße. So, wir rächen uns mal. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Pssst, ist laut, die anderen schlafen gerade. Genau. Wow, mein Life sieht aber scheiße aus. Das sehe ich ja jetzt erst. Trank nehmen? Nein, nicht rollen. Trank nehmen. Geht doch. Schleichen. Unentdeckt bleiben. Äh, den nehmen wir mal von der Seite. Lalalala. Pssst. Du wirst jetzt für immer schlafen. Dass sie sich immer so wehren müssen. Mitkommen. Ich habe ja gesagt, ich habe vielleicht nicht mehr meinen Schränken. So, rein mit dir. Tschüss, tschüss. Was? Ach man. Ich brauche größere Taschen. Äh. Boah, gehen wir mal hoch. Mal gucken, was passiert. Ah, hier wir sind. Die Markung, die mit Amber. Invisibel von jemandem, der nie die Amber hat. Alles, was ich tun muss, ist, ist, eine Strecke. Ah. Jut. Jut. Ja, gut, äh. Dann gehen wir mal hier hoch. Psst. Nicht aus. Ja, dann gehen wir mal weiter hoch. Jupp. Jupp. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt rauf springe, dass der mich dann zieht. So. Haben wir das auch geklärt. Hey, 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 Kuppe. Was geht? Knack. Was? Wer quatscht da? Ach ja. Ah, okay. Gut. Okay, so nicht. Du kannst hier allein leben ohne Essen. Und dann lauf und zack. Ja. Oh ja, das ist eine große Affenscheiße hier. What? Alter. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, ich muss mal kurz husten. So. Okay, gut. Der hat mich also... Wie kann denn der mich sehen? Äh, hallo? Mr. Herr Sturzbart. Wo bist du? Hallo? Okay, das ist mir eindeutig zu Whisky. Deswegen gehen wir hier mal einen anderen Weg lang. Den nicht. Gut. Aber ich muss irgendwie da runter. Der schläft? Ach Gott. Ich glaube, ich nehme erstmal nochmal einen Trank. Wer weiß, was passiert. Wow. Hallo. Wow, 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 wow... Ey, warte. Nein, 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 nein. Der überprüft die Enge. Du hast dich nichts gesehen, du hast dich getäuscht! Es ist alles gut. Bitte drehen Sie ihn. Ja, sehr gut. ach der andere typ ist auch gleich noch mit hingehergegangen schöne scheiße legte schlafen verdammt ich glaube da tue schon einfach unsichtbar machen und dann zack wow shit ja das ist richtig nein 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 kommt schon service am thema schleichen ich bin eindeutig kein schleichkönig überhaupt nicht was von was da kommt ja noch einer kommt schon kavalerie oder was wir sind doch im tutorial verdammt ja gut geduldig sein schleichen mäuschen gleicht töten und rabiat sein kann ja nicht so schwer sein ich will eigentlich mal was ich hier eigentlich nicht einfach hier runter tun mir weh machen gleich eine abkürzung so die ecke kämpfen wir ja schon es ist jetzt die leichte der schläft der schläft legte ich auch schlafen Ich helfe dir gleich. Kann man ja mal nehmen. Gut, so nicht. Du bist sneaky. Ich schlafe weiter. Ich schließe jetzt eigentlich. Ernsthaft, muss ich dich wirklich jetzt so töten? Du wolltest ja nicht anders. Zack, tot. Der hat aber auch laute Fußschritte. Batsch, 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 batsch. Kein Wunderbar, dass das so schnell gehört wird. Ah, hier wir sind. Ja, ja, ja. So, jetzt gehen wir mal hier in Speed Mode. Nee, ist er nicht. Ist auch nicht. Jetzt. Zack, aus hier. Du bist der nächste Junge. Komm her. Schnauze. Das ist die Frage, gehe ich hier lang? Ja, ich gehe da oben lang. Die Zweren müssen unbedingt weg. So. Wenn er dann dort an der Leitplanke steht. Und sich warm machen. Zack. Messer in die Kehle. Leise, leise. Dein Kollege schläft. Wir wollen ihn doch nicht aufwecken. Genau so. Pssst, 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 pssst. Komm mal mit. Ich habe für dich einen sehr, sehr schönen Platz hier. Ab in die Kiste. So. Sektor clear. Der Schlüssel ist da. Ach nee, ich muss da runter. Ihr wisst schon, dass da welche sind. Gut. Nee, nee, nee. Woa. Der hat es immer. Huh. Man muss immer so die Routen studieren von den Leuten, damit man auch genau weiß, weil man die dann schön hinter uns erdäuschen kann. Äh, was? Äh, ja, genau. Okay, ich hoffe, der sieht mich nicht. Durft eigentlich nicht. Nein. Sehr gut. Frisch hat er das jetzt nicht? Schlechte Idee, Schlechte Idee, Schlechte Idee, Schlechte Idee, Schlechte Idee. Hey, hey, lass mich erst mal in Ruhe töten. Nein. Ah. Ah. Das ist ärgerlich. Sehr schön. Leben kommt mir hier nicht durch. Ich bin waiting for the world to spin my way. I've been waiting for a glance at the sun. Bis zum nächsten Mal.